Hi, schön, dass ihr am Start seid. Wir machen heute gemeinsam den Terminkalender für den Monat November, wenn ihr Lust darauf habt. Ich habe mir dafür schon mal ein DINNER-3-Zeichenblock-Papier bereitgelegt, das sind 120 Gramm, und habe meine Skizze auch schon fertig gemacht. Ich habe mir gedacht, dass ich den November in dieser hübschen Schrift ausschreibe. Ich habe den aus einem Buch von May & Barry. Ich hoffe, man kann das sehen. So sehen die Buchstaben aus. Und die sind hier in so einem Buch drin von Sue und Jasmin. Und genau da sind so verschiedene Illustrationen drin und Tipps fürs Handlettering und Illustrieren und auch ein paar Seiten zum Üben. Also alles Mögliche, wenn ihr Inspiration braucht oder irgendwie sowas. Oder neu seid mit all diesen Dingen, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das von einer Freundin geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und ich liebe das total. Da schaue ich immer wieder mal gerne rein oder versuche Sachen davon nachzumachen. Und in dem Fall ist es halt diese Schrift geworden. Ansonsten, ich hatte ja letztens ein Haul gezeigt. Ich verlinke den euch mal oben in der Infokarte. Und wenn ich es nicht vergesse, auch in die Videobeschreibung. Da hatte ich unter anderem diese Stifte hier gekauft, die ich heute auch gerne benutzen würde. Das ist einmal ein dunkelgrauer, ein dunkelgrüner und ein dunkelblauer Fineliner von Stabilo. Und dann habe ich noch von Faber-Castell diesen kupferfarbenen Aquarellstift. Da hatte ich ja überlegt, wie man den einsetzen kann. Und heute wage ich mich da mal dran. Mal gucken, wie das am Ende aussehen wird. Und zum Auflösen brauche ich einen Pinsel und Wasser. Habe ich hier auch schon bereit. Und später zum Wegradieren der Bleistiftlinien habe ich noch eine Radiogummi. Und ich mache das immer so ungern mit der Hand weg, weil das dann ganz gerne mal verschmiert. Deswegen habe ich hier so einen Pinsel. Der ist eigentlich aus der Kosmetikabteilung. Das ist halt so ein Blush-Pinsel, mit dem man eigentlich, ja, Blush aufträgt. Aber meinen Blush trage ich mit anderen Pinseln auf. Deswegen, genau. Der dient auf jeden Fall zum Radiogummi wegmachen. Radiogummi wegmachen? Also diese Radiogummi-Pfützel, die dann halt am Ende so rauskommen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, lasst uns anfangen. Achso, noch eine Kleinigkeit, bevor wir anfangen. Ich habe eine Freundin, die hat letztes Jahr, glaube ich, angefangen, Klavier spielen zu lernen. Und das ist ein Kindheitstraum von ihr gewesen. Und sie hat sich mittlerweile unglaublich gut gemacht. Und ja, ich werde gleich Musik, die sie nachgespielt hat, von ihr einspielen, wenn ich das hoffentlich nicht vergesse. Und genau. Ansonsten lasse ich euch jetzt mit ihrer und auch mit anderer Musik wahrscheinlich, je nachdem, wie lange das Ganze geht. Erstmal alleine. Bis später! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.